guten morgen für euch für euch alle nummer drei heute ist mittwoch der 25 märz 2020 an die hoffnung von friedrich holderlin hoffnung holde gütig geschäftige die du das haus der trauernden nicht verschmähst und gerne dienend edle zwischen sterblichen waltest und himmelsmächten wo bist du wenig lebt ich doch atmet kalt mein abend schon und stille den schatten gleich bin ich schon hier und schon gesanglos schlummert das schaudernde herz im busen im grünen tale wo der frische quell vom berge täglich rauscht und die liebliche zeitlose mir am herbsttag aufblüht dort in der stille du holde will ich dich suchen oder wenn in der mitternacht das unsichtbare leben im heinewald und über mir die immer frohen blumen die blühenden sterne glänzen und du des äters tochter erscheine dann aus deines vaters gärten und darfst du nicht ein geist der erde kommen schreck o schrecke mit anderem nur das herz mir ich wünsche euch einen schönen tag bis morgen